Hallo, ich bin der Matthias und ich begleite euch bei dem Thema Abriss und Wiederaufbau der Hochstraße Süd in Ludwigshafen. Wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, dann abonniert meinen Kanal und drückt die Glocke. Und jetzt gucken wir mal, wie weit sie sind. Hier wird sogar schon mal die Ampelanlage installiert. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Wie ihr sehen könnt, ist wieder ein großer Schuttberg entstanden, der schon sortiert wird. Wie ihr sehen könnt, ist wieder ein großer Schuttberg entstanden. Wie ihr sehen könnt, ist wieder ein großer Schuttberg entstanden. Wie ihr sehen könnt, ist wieder ein großer Schuttberg entstanden. Wie ihr sehen könnt, ist wieder ein kleiner Schuttberg entstanden. Wie ihr sehen könnt, ist wieder ein Schuttberg entstanden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt könnt ihr die Asphaltfräse mal in Action sehen.